sehr geehrtes präsidium liebe kollegen als vater und ehemalige elternvertreter ist mir klar weder die eltern noch die kinder aber auch nicht die lehrer wollen dass neue experimente auf ihrem rücken ausgetragen werden und der schulfrieden ist vor dem hintergrund der ständigen kaputt reformiererei ein wert an sich aber der schulfrieden ist mehr als in gefahr er ist im grunde genommen bereits aufgekündigt symptomatisch ist dabei das aufbegehren der leiter der stadtteilschulen die nun die einheitsschule propagieren und damit den schulsenator desavouieren der hilferuf der rektoren zerfällt dabei in analyse und therapievorschlag an der analyse ist einiges dran und es ist eine ohrfeige für die rotgrüne wie auch für die vorangegangene schwarzgrüne schulpolitik funktionierende realschulen wie hauptschulen wurden von schwarzgrün abgeschafft die dort gut aufgehobenen schüler mit ohnehin schon hoher quote an migrationshintergrund sollen nun auch noch mit flüchtlingen und förderschülern in einer klasse sitzen dass das die lehrer und schüler überfordert ist klar aber das wollen sie aus ideologischen gründen nicht sehen dass die eltern dieser kinder darauf so reagieren wie sie reagieren nämlich diese an den gymnasien anzumelden ist ebenso klar wie verständlich dass den schulleitern dazu nun nur einfällt wenn es schon nicht klappt dann eben für alle folgt dem klassisch linken grundsatz sozialismus ist wenn es allen gleich schlecht geht das system stadtteilschule wurde überhastet nach der niederlage bei der primarschule politisch durchgezogen aus kleinen differenziert auf die schülerschaft des einzugsgebiets ausgerichteten traditionsreichen schulen wo häufig auch schon eltern und großeltern waren wurden häufig mammut systeme die folgen der verwaltungsaufwand ist extrem schulgebäude stehen teils leer andere schulen brauchen riesige mengen an containern es gibt keine klaren leistungsvorgaben und lehrpläne so fragwürdig ging es los mit der hamburger gesamtschule dann die inklusion praktisch alle schüler mit sopel vöbet mit sonderpädagogischem förderbedarf kommen an die stadtteilschule nur wenige zum beispiel rollstuhlfahrer mit nur einer körperlichen behinderung gehen ans gymnasium um das mal ganz plastisch zu machen wie sich das für einen lehrer an der stadtteilschule auswirkt auswirken kann er hat in einer klasse zehn frühere hauptschüler fünf frühere realschüler ein paar schüler die für die gymnasiale oberstufe geeignet sind und vier sopä föhbett schüler schüler mit sonderpädagogischem förderbedarf in folgender bandbreite da ist zum beispiel ein emosotz der leider aus ungeklärter ursache regelmäßig ausrastet und mit stühlen wirft einer mit lernproblemen der für eine rechenaufgabe im einstelligen zahlenraum finger und klötzchen benötigt einer mit körperlich motorischen problemen der gern das heft aus der tasche holen würde und etwas schreiben würde diese bewegungsabläufe aber ohne fremde hilfe nicht koordinieren kann und dann kann noch autismus dazu kommen der in sich zurückgezogen ist wobei unklar ist für den lehrer ob in ihm wirklich etwas passiert der allerdings teilweise zu unvorhersehbaren handeln neigt im raum hält sich neben dem lehrer noch eine kraft ohne pädagogische qualifikation auf als stundenweise betreuung für emosotz daneben stundenweise sonderpädagogen und sozialarbeiter die krankheitsquote der lehrer ist extrem da die belastungen kaum zu ertragen sind und was bedeutet das für die leistungen und die schüler die hauptschüler die bei enger disziplinierter führung sehr wohl auf ein hohes niveau gebracht werden können sind überfordert schalten ab und randalieren die realschüler müssen den hauptschülern ständig helfen damit wenigstens etwas gelernt wird das wird dann euphemistisch gruppenarbeit oder integratives lernen genannt diejenigen die auf die oberschule wollen scheitern häufig weil sie keine grundlagen haben und die so per föhbettschüler sind unglücklich weil sie die außenseiter sind das sind die erfolge ideologisch geprägte schulpolitik die unter dem schlagwort vielfalt alles in einen topf wirft dazu kommt dann noch die eingliederung von unkontrollierter zuwanderung die auch fast ausschließlich in die stadtteilschulen erfolgt deutsche eltern wie auch die eltern von früher zugewanderten migranten versuchen mit allen mitteln ihre kinder aufs gymnasium zu bringen da gerade die frühen einwanderer wissen welche personenkreise häufig gekommen sind davor sind sie schon einmal weggezogen sehr geehrter herr habe ich nehme ihnen ihr persönliches engagement in der sache ab aber sie tragen die politische verantwortung es gibt noch eine chance zur umkehr wir brauchen wieder homogenere klassen wer die stadtteilschulen stärken will muss die gymnasien stärken muss die förderschulen stärken und muss den migranten zustrom stoppen und nicht fördern wer das alles nicht will kann nicht erwarten dass die stadtteilschulen von den eltern angenommen werden die verantwortung für diese misere tragen schwarz rot und grün